Ist hier noch frei? Ja, klar. Ist auch noch nichts passiert. Dafür ist mir fast ein Unfall passiert. Schafe! Mitten auf der Straße! Schafe? Da zahlt kaum eine Teilkasko. Wieso? Na ja, bei Tieren gibt's eben Ausnahmen. Ja, typisch Versicherung, immer Ausnahmen. Nee, nee, es gibt auch eine Versicherung ohne Wenn und Aber. Was? Ohne Wenn und Aber? Das wär's doch. Ja, das Kraftpaket der Hamburg-Mannheimer. Sagen Sie nicht, Sie sind der Herr Kaiser. Die, Günther Kaiser. Die Autoversicherung ohne Wenn und Aber. Das Kraftpaket der Hamburg-Mannheimer. Mehr Beratung, näher vom Leben.